Ach, ihr seid auch schon da? Moin, ich bin David. Wir drei können zwar nur davon träumen, auf dem Land zu wohnen, aber wir holen uns ein Stückchen davon nach Hause und stellen euch Minkas und Charlies Naturkost für Hund und Katze vor. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon ich eigentlich rede, schaut erstmal her. Minkas und Charlies Naturkost wird ganz schon direkt an der Küste hergestellt, mit den allerbesten Zutaten von Land und Natur. Sorgsam ausgewähltes Fleisch perfektioniert diesen besonderen Schmaus und macht ihn zu einer ausgewogenen und gesunden Mahlzeit. Wir sprechen hier von Naturkost, die es wirklich in sich hat und zwar nur frische Zutaten mit einem hohen Anteil an tierischen Proteinen. Dabei wird komplett auf Getreide und Zuckerzusatz verzichtet. Auch künstliche Konservierungs- und Aromastoffe sowie Tier- und Knochenmehl haben hier nichts zu suchen. Es sind alles frische, heimische Zutaten hergestellt in Deutschland. Mit Minka und Charlies Naturkost gibst du nur das Beste von Land und Natur an dein Tier weiter.